All die positiven Emotionen, die wir eher an der Schweizbau mit Ihnen erlebt haben, werden uns noch lange in Erinnerung bleiben. Wir hoffen natürlich, dass unsere Spiegelschränke und Lichtspiegel, die zum Erstrahlen gebracht haben. Schliesslich wollen wir, dass sich alle immer im richtigen Licht sehen können. Wir sehen uns. Merci. Danke. Grazie. Grazie.